Und wir sehen eine große Not um uns herum. Jetzt ist nicht die Zeit für große Gefühle und dass wir uns entrüsten, weil jemandem von unseren Leuten Unrecht geschieht, dass Jesus so wenig Ehre entgegengebracht wird. Lass das unser Anliegen sein. Lass das unser Kummer sein. Warum wird Jesus verachtet? Warum wird Jesus verachtet? Man stellt ihn auf die Seite. Man ignoriert ihn. Man bricht seine Gebote. Man betrübt das Herz Gottes. Oh mein Vater, lass manche dieser wichtigeren Dinge in unser Leben kommen. Er rette uns von unserer engen Gesinnung. Und wir laufen im Kreis unsere kleinen Probleme. Eine Fliege sitzt auf meinem Schwanz, der törichte Hund, der seinem eigenen Schwanz nachjagt. Oh, bewahre uns, Herr, vor solchen Dingen. Lass es uns ein Anliegen sein, dass wir den Altar des Gebets haben. Vater, wir brauchen den Altar. Unser Altar wird nicht mehr verwendet. Unser Altar ist gefallen. Hilf uns, wir bitten dich. Baue deinen Altar wieder auf. Gib uns Herzen, die voller Liebe sind für Jesus. Lass uns nicht mit unseren Lippen tolle Worte machen. Er ist für mich gestorben und ich bin bereit, dies und jenes für ihn zu tun. Lass alle diese großartigen Versprechungen aufhören, dass wir lernen, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist unsere Liebe. Die Wahrheit ist, dass unsere Liebe erkaltet ist. Vergib uns, Herr. Lass nicht die Sünde, lass nicht die Eitelkeit, lass nicht den Stolz unsere Persönlichkeit dominieren. Oh, Gott, bewahre uns, wir bitten dich, zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht einmal wissen, was für eine Ernte des Elends durch die Bücher von Harry Potter eingebracht wird. Herr, wir wissen nicht, wie viele Kinder aufwachen, mit Albträumen in der Nacht und voller Schrecken sind. Sie leben in einer Fantasiewelt. Herr, bewahre die Menschen, rette die Menschen, die solche Bücher schreiben. Oh, mein Vater, die Sünde der Völker spiegelt sich wieder in der Literatur dieser Länder. Vater, bewahre uns, rette uns. Wir bitten es in Jesus, in Jesus' Heiligen Namen. Amen.